Hallo FC-Basel-Fan, wenn du hier auf dem Kanal bist, abonniere und hinterlasse dein Like, damit dir YouTube weiterhin die neuesten FC-Basel-News aus erster Hand bringt. Gehen wir zu den Nachrichten. Das Offensivjuwel kam kürzlich zur U21-Europameisterschaft und erhaschte einen Blick auf ihn am Euro-Airport Basel. Er wurde auf die wilden Börsenspekulationen um seine Person angesprochen. Ich bin bereit für den nächsten Schritt in meiner Karriere. Ich habe in der Super League, der Conference League und in der Nationalmannschaft gespielt. Wohin seine neue Reise gehen soll, will er spätestens Ende nächster Woche klären. Mein Berater kommt auch nach Rumänien, also werden wir gemeinsam die Optionen prüfen. Laut der oben genannten Quelle sind Benfica Lissabon und Eintracht Frankfurt die umstrittensten Gegner. Beide sind großartige Fußballländer, fügte Amduni lächelnd hinzu. In der Zwischenzeit hätte auch Ajax Amsterdam Stürmer-Baby im Auge. Da Amdunis-Marktwert inzwischen bei 10 Millionen Euro liegt, kann FCB-Boss David Degen mit einem kleinen Gewinn rechnen. Hinterlassen Sie Ihre Kommentare und es ist sehr wichtig, Ihre Meinung zu erfahren. Vielen Dank für's Zuschauen. Untertitelung des ZDF, 2020